Willkommen zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise zu einem kleinen roughen Review So, Uti, ja, Uti, haben wir, weil wir jetzt Level 16 sind, ja sie jetzt oben links, mal für vier Tage zum Testen bekommen Und, alter, unter Angst Meine viele finden sie bin sich, im Endeffekt weiß ich nicht, ob sie das ist Ich hab mir jetzt nicht die Technik in der Zeit reingezogen, so einfach mal nur, scheiße, die trifft ja gar nichts in das Visier, sie ist auch verkackert Ja, was ist das hier von einer Scheiße, Jo, äh, äh auf jeden Fall hab ich mir jetzt nicht die Technik in der Zeit rein gezogen, weil ich das einfach nicht gemacht hab, warum auchυτig ist auch nicht Aber, was darf ich mich toll Ja, also, allerdings, jetzt drüben... der ist ein bisschen特別er Boar Meine Fresse G posición leiser, der muss lernen Das ist nicht verknüpft, wie der 넣고 Mars tut zu zorgen, deshalb ist der Auff murders whom CDU ja wir haben ja in der Nähe stieb 1 1 1 in 3 2 ist lange heute und für alle die die am 3. Pionier gesuchtet haben müssen was ich jetzt mehr gut das war halt das macht die denn für ein Mensch Junge sie haben ja richtig scheißer dann kann sie sich auch schaden doch was für eine Entfernung denn auch so das war der Schuss sie mehr so was weiß ich was das war okay also wir sind mit dem Schmitz gibt die Entdeckung sagt es mal so vielleicht ab aber was ist das denn gerade ich hab euch das gemacht gut aber doch bitte nicht das kann ich ernst sein was einfach auf den Weg der Wandel gezielt sagt doch gleich kranker kranker Doppelküller auch aber trotzdem es kann nicht ganz sein das ist das ist der mit Schau ja auch in Weile am Ende ich bin einfach mal so gedacht wenn man was tun wir sind die Vorhaube so ein paar mal gucken nur die Gegner sind wo auch schon auch gerade lange jünger das heißt es ist Prozent reingehauen Prozent ja auf jeden Fall das Ding hat ich habe das wirklich das ist ohne Interessments alles das Teil hat Prozent 22 Schuss und davon drei Magazine er hat dann noch aber ich weiß nicht wie viele ich kann sie auch gerade nicht jaja die einstieg dann hat sie auch nach sich da war aber wenn wir sie insgesamt 88 von der Regie ist nicht so weiss ich auch nicht das ist doch hoffentlich das ist doch erstmals jünger das kann nicht alles sein Junge das Ding steht da unten das ist kein Junge, wo du schießt das Ding hin? Oh, war ja jetzt überall Sniper Okay Die Autsch, Mann! Oh, Alter! Ja, alle wissen, wir haben heute den... Du hast es wieder vergessen? Ja, den 23.11. haben wir heute... Ja, Alex, komm, geh runter! Geh zu deinem Handbrot! Wir haben den 23.11. haben wir heute und da war die A2-Mann angeboten, da war der TÜV gleich zugeschlagen, aber ich krieg den 22 Schauschaden, ist das dein Ernst? Ja, dann erst geht es mal kurz essen Ich mache Sonnabend, von ab und weiterzumachen und hier hinten irgendwie rumzulaufen Auf die Distanz kriegen wir mit dem Ding eh nix auf die Reihe... So, jetzt haben wir gesiegt, aber wir spielen noch eins und so halb, also wir spielen vielleicht eine halbe oder so und ja das sind also die Waffe ist... Ich... Oh, nö, 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 nö. zichpunkte, printig Ja, und in der Fall kann ich mit der Waffe nicht so richtig umgehen ich hab die vor vielleicht mal fünf Minuten so angespielt und ja, ich kann mir da aber nicht richtig umgehen zumeist, leid ja, ihr könnt trotzdem sehen, wie ich mir zockt ihr die dieser Pläne 16 freischaltbar wenn er sie 16 hat er der 16 hat dann kriegt es ja erst mal für vier Tage geschenkt und auch über das mp 443 wird sagen dass sie und kriegt ja auch für vier Tage geschenkt und ja den beiden sind halt dann abläuft 16 freigeschalten ich habe ja 16 freigeschalten und ja ich treffe mit der Waffe nicht so richtig was und jetzt sind wir mal ein bisschen jetzt hier darum ist der BTR habe ich gar keine Lust drauf ähm ja ich weiß nicht ich gucke dann mal ich hätte vielleicht vorher gucken sollen in den Details aber jetzt zieh ich mir nicht immer rein das ist viel zu nervig das alles aufzuschreiben und so und er seht ja dann selber ne ne das ist das ist das ist das ist das ist auf jeden Fall ich kann aber wenn ich die Spieler haben wir auch mal gesagt gut wir haben sie jetzt vier Tage jetzt gewonnen, einfach mal kostenlos kaufen würde ich sie mir jetzt nicht wirklich nicht, also überhaupt nicht no, no kauf, also für mich was sind die RK-Kader ja, also kaufen würde ich sie mir jetzt auf jeden Fall nicht, soviel steht schon mal fest aber weil wir jetzt einfach mal vier Tage gewonnen haben ähm, dann hab ich einfach mal gesagt, komm dann lass mal kurz äh, äh, Raps anmachen und mal kurz äh, Waffenreview Zeit, ne ah, es war, wird eins kommen, auf jeden Fall das ist, äh, fest da ist nichts anderes geplant, die ist sehr geil ja, kann ich auch ordentlich spielen mit dem Maler Maler, fuck, fuck oh mein Gott jetzt sitzen wir mit unserer OZ was können wir machen? Franch, den Scheiß drin kann gar nix machen, aber wir könnten süßen sie weg sprinten und haben mich getroffen zu werden ach du scheiße, das ist ja eine Aua Aua ich hab' nicht gesehen, man mit seiner Mietungs-Gerste was hat er denn noch dabei? nur mit sowas nicht, dass der mich von der Ferne noch wechseln kann sonst kann ich mir so vielleicht holen ich hab' nicht auch möglich was du möchtest ich hab' nicht so möglich scheiße, ouch, oh man, ich hab' mich getroffen das Visier das Visier ja auch ganz großer Scheiß ist das aber das Visier geht gar nicht das ist einfach nur ah, da kriegt gleich die Gänse aber wenn ich das Visier sehe, das ist einfach nur schrecklich das ist einfach nur übelst dieses doppelte das ist einfach nur nur schlecht gemacht ähm, ja Scheiß, du fuck ja, okay, das Visier ist einfach nur mega schlecht gemacht okay so, also, es habt ihr mal ein bisschen den Überblick, wie die war für so sehr schaden äh, da gibt gar nicht Leute Bitser Patch Hero oder was weiß ich aber eigentlich sagen wir mal, sie sind schlecht dann hab' ich mir mal ein Video von einem Kollegen angeguckt ähm, der auch Battlefield Play for Free Videos macht und ja hab' ich das mit Ding mit Attachments gesehen, so fand ich gar nicht so schlecht fand ich wirklich nicht schlecht das Teil aber danach danach Leute genau danach hab' ich das Teil he 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 ist ja witzig, oder? Tch Jungen egal, genau danach hab' ich das Ding jetzt hier gemerkt und ah, das ist einfach nur eine reine Katastrophe es ist oh, schwein oh, was geil der Rücken alles da haben wir doch noch einen rein jetzt haben wir drei Granaten reingehauen man, wo ich ihn hier das ist ein Zehner Schaden auf die Distanz, es kann doch gar nicht geben, Junge das ist ein Zehner Schaden auf die Distanz, es kann doch gar nicht geben, Junge das ist ein Zehner Schaden auf vielleicht 20 Meter, nein und nicht mal 20 Meter oder ich hätte ihn jetzt doch, ich hätte ihn jetzt, Alter, weggerotzt mit dem Ding, was ich mir vor und zugelegt hab mein neues Schmuckstück ich hinweggerotzt, Alter, auf die Distanz zwei Schüsse, oh, so eine Kranke hier, ein Westerloses also, welch, scheiße, 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 ist ein Zehner Schaden, oh, fuck das geht gar nicht aber doch, er hatte doch noch Lust ach, du scheiße, man, ich kann dem Ding nicht spielen Mann, Freunde, was ist denn los hier? Scheiße, was mache ich denn wieder von uns? warum denn die Sniper, hallo, ich bin alle für euch da Jo, ähm Mann, mein Name, was war er, die wird, die wird, die wird, oh, ei die Wecke rotzt auf die Distanz, aber wie so ein Spielrotz, ach, du scheiße, was ist das denn, bitte krieg' man noch, bäm, sehr schön, sehr, 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 sehr muss ich grad sagen, ich war hier sonst auch, ne, was ich kann mir eher, diese, diese wunderschöne, ouch wie so lecker ich hab' einfach mal mit reingerutscht dabei echt, die Waffe ist so schlecht aber was ist das denn, bitte, ein Zehnerschaden, dein Ernst, Granate, bitteschön, hier das einzige, was mich überhaupt noch retten kann, ist eine fucking Granate Mann, das ist einfach nur zum Kotzen gerade ich kann mit den Dingen spielen wie können da manche sagen, es geht, alter, es geht ich mein, oh, ich hab sie extra ohne Attachments, weil weil die wirklich, äh, nicht viel, beziehungsweise gar keinem Geld spielen, kriegen die Waffes so, wie sie jetzt ist ach du scheiße, oder was ist das denn jetzt, ich treff' nix, ich schau' einfach rein, fuck weg, ouch die Munition geht ja weg wie nix, oder was ist denn das was ist denn das den hol' ich mir, den hol' ich mir den hol' ich mir, den hol' ich mir ouch ich wusste nicht, dass er die VSS hat, man oh man ach, das ist doch scheiße das ist doch unfair ey, man wie waffe ich, so bin ich die VSS da, ich kann auch nicht mal was machen ich kann voll drauf halten, nur auf Hedger, aber das Ding trifft nicht das trifft einfach nicht das ist wieder das neue Spiel, da kommt jetzt raus und dann VSS und dann, klack ne, das weg, herrisch das ist ein Traum, oder? VSS ist weg, aus ach, Leute das ist, das ist einfach nur noch schlimm west. ich kann wohl die Diesel твоif probieren, jungen wem porque ich erich ö Marc ich er начинающie, ich erinnere mich念, die sich selber hier vor ... ALTER jetzt kaufen wir uns sein oder was? wo sind wir denn hier, junge? zum Monat sie verloren auch scheiße und als jeweils nicht mehr wenn man es mal ein paar Wochen die Waffe ist unflexibel bis zum Glück nicht mehr ich will von der UK die meisten nicht so gut ich dachte das ist ein bisschen schütze den Scheiß und so das ist ja schön gestellte so dass der Scheiß-Panzer ist Kumpf ist das O-O-O-O-O-O-Fakt verpackt Köln 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 das war er ist für mich zum Ausrasten bringen Fakten Waffe so wenn ich hätte jetzt richtig schön aber mal ohne Spaß das ist doch einfach nur schweißen sich er wird sich in den abgeben ein treuer Freund schluck jetzt hier das ist nicht mehr so positiv die Köln Köln ein Mann und Freunde was soll das denn das ist gut Herr Barrikschler Prozent oder die GES 1 5 die wird jetzt auch kann Arma ist die Siegung und hier noch Stichwort Bitteschön Können wir denn sie irgendwo hier rumplaßen? Oh Scheiße Ich hasse das so dermaßen Hahahaha Och Junge Komm Das ist doch jetzt wohl nicht so ernst Ich muss auch einsehen, dass es nicht geht Scheiße Autsch Was wird das jetzt sein? Was denn? Och das ist ja auch noch Tode Komm her, komm her Mäde weg Das war schlimm Ah mein Oder Teamwechsel Teampositionswechsel Positionswechsel Positionswechsel Die 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 Sieg was? Och komm Was ist das denn jetzt? Ja, der hätte aber auch noch ohne sich drüber fahren können So, mein lieben Freund und von mit diesem Actionreichen Und sieh Waffe Let's Play Verabschiedet mich auch jetzt schon wieder Macht's gut Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag Macht's gut